Yo Wirst du eigentlich mal auf dem Bus? Wartest du auch auf dem Bus? Nein, ich warte auf die Straßenbahn. Scheiße, die Straßenbahn! Ja, Mann! Darunter liebes Publikum, willkommen zurück bei den schlimmsten Intros der Welt. Steam Version! Part Nummer 36. Mit dem Käpt'n aus der conscious corner. Oh, dem Failort aus. 37, Moment, wir sind schon bei P37. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, dann sag ich ja, wie die Zeit vergeht. Just get the best time. Woo! Tadadad, hier ist Wasser, muss man aufpassen. Ich kann blind durch das Level rennen. Hier ist ganz schön was los. Alter, hast du das schon mal gespielt? Nein. Ey, ey. Oh, muss ich denn mit dem... Ah, ja, jetzt. Ja, genau. Gemmefach. Ach so. Ach so. Einer muss nach unten? Ne, nach unten muss jeder. Offensichtlich. Sowieso. Da geht er down! Down with the sickness. Kenn ich nicht. Kryptonite, der schlimmste Song der Welt. Zwei Wochen später. Welcher Song ist das? Kenn ich nicht. Was musst du mit dem Boot machen? Ranwinken? Äh, rein... Rein... Ranwinken. Juhu, Seemann! Do you know where I can find Sailors? Spoilerwarnung. Ach, kacke! Boot, 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 Rakete. Boote, Rakete, Boote, Rakete. Hahaha. Okay, ich mach'n kaputt, du holst das Boot. Das Boot ist da. Okay, wir springen, springen drüber und dann ins Boot. Oh nein, da ist er wieder am Start. Mit dem Boot da rein. Ach so, man muss so. Und da muss man aufpassen, dass man aber... Gott. Das ist ja... Hallo. Nein! Ich hab ihn doch kaputt gemacht. Ja, aber er kommt ja wieder. Ne, ich hab ihn ja die ganze Zeit kaputt gemacht. Ja, aber er kommt ja wieder. Man kocht ja Wiener. Wieso kommst du mit dem Boot da durch? Warum bin ich jetzt hier oben? Weiß ich auch nicht. Was bringt mir das? Hätte man das Boot da oben irgendwo benutzen. Was? Weiß ich doch nicht, Mann. Bin ich Programmierer? Ach, hier oben? Ich aber... Ach, da oben ist... Ach so, man kann dann... Du sollst gar nicht samt dem Boot da hoch. Ach so. Na ja, klar, aber... Klappt so oder so nicht wirklich. Oh Gott, nicht gleich. Wir haben echt... Wir kriegen hier echt mehr als genug Zeit noch dann. Wer weiß, was da noch kommt. Tak, tak, tak. Okay, wollen wir den Schalter oben auslösen? Oder nicht? Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ach so, den Luftschalter? Den Luftschachtschalter. Ich mach das mal. Die Frage ist, wofür? Da waren wir doch schon. Ach so. Na dann... Wenn wir das Level von vorne anfangen? Ne, warum? Nein! Das ist doch alles eine verzarrte... Ja, komm. Nochmal krieg ich es nicht so gut hin. Wollen wir es von vorne anfangen? Das ist nicht wild. Kannst du von vorne? Ja, also das ganze Spiel. Ja. Die ganze Lesplay-Karriere. Wir kommen zurück bei Kirby's Woolly World. Ne, äh... Kirby in das magische Garten. Sorry. Ahaha. Kirby mit der Sterben geschwam. Ne, wir müssen Minecraft anfangen. Stimmt. Naja, das zählt ja... Für mich schon. Oh, muss ich denn Super Mario... Wollt nochmal spielen? Ja. Da, 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 da. Jetzt könnte ich Bock das nochmal zu spielen. Ohne Mist, aber der Kerl mit den Ölspurschuhen, das hat sich mir in den Kopf gebrannt. Immer wenn ich irgendwo ausrutsche. Ich komm hier nicht mehr weg! Das ist cool. Bitte. Danke. Jetzt kommst du da nicht mehr weg. Ne. Man muss sich sick airtime holen. Und sterben. Ey, ich hab mich doch voll cool festgehalten. Da war ich tot. Da war ich tot. Short people have no reason. Short people have no reason to live. Okay. Das ist echt ein Song, den es gibt. Meinte Hennes Bender doch sogar. Bei seiner Beerdigung soll der Song gespielt werden. Dieser Hennes Bender. Der Hennes Bender. Dieser. Genau dieser einer. Was willst du dann mit dem Boot? Achso, da oben durch Teleportationskräfte an das Ding rankommen. Okay. Ja, aber man muss mit dem Boot einfach durch. Ne, das geht aber nicht, weil mit dem Boot fällst du dann direkt runter. Weißt du, wir sind zu zweit. Wenn wir hier oben sind, kann doch der eine den anderen hoch helfen. Da müssen wir uns nicht weiter darum kümmern. Das ergibt Sinn. Ja. So plümpeln bald. Wow. Hä? Wieso bin ich... Ach so, da ist ein Venti noch. Weil das Leben einfach... Venti 20. Die dumme Kuh ist. Venti 20. Ah. Ah. Kacke. Ich hab den nicht mal berührt. Da war wieder die Luft nach... Ne, wieder Seelen. Ich hab ihn nicht berührt. Warum? Weil man... Ah. Den fand ich jetzt gut. Nicht wahr? Okay, er holt das Ding. Ich hol das Ding. Und du holst das Ding. Cool. Hul ich... Nicht. Wul ich... Wurt. Wul ich wird... Wurt. Okay, ich bin drüben. Geil. Und da da. Und zack. Und Slip. Nein. Slippery Slope. Nein. Boxershot Slope. Boxershot Slope. Ich mag keine Slips. Warum? Diese Segen sind ja ein... Fluch. Guck mal drüber nach. Fluch? Der Segen? Nein. Verdammt. Ja. Ich hab Müll gebaut. Bzw. das Spiel hat Müll gebaut. Ich hab mit dem Müll... Nicht korrigiert. Ein Spiel gebaut? Ja. Oh. Komm schon. Ich wünsche... Ach ne. Pass auf. Nein. Wenn du... Wenn du... Oh nein. Na aber Gesicht. Okay. Ja. Ducken. Ah. Ducken ist wichtig. Das war laut. Mindestens. Ducken. Nein. Das fand ich schon irgendwie wieder missartig. Wie man merkt. Ach man. Weißt du. Erstmal bin ich einfach nur durchgesprungen. Wie ein Ninja. Und jetzt. Und da. Ich trau mich nicht mehr. Ich hab Angst. Ich spawne bei dir. Danke. Wie gespielt. Ach so. Ich spawne bei dir. Danke. Ja. Dass ich bald gekommen bin. Ja. Danke dafür. Danke für deine Existenz. Schön. Dass es dich gibt. Spring. 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 So gut. Scheisse Boot hier wegmachen. Jetzt kannst du mich wieder so. Hoch da. Hoch da. Hoch da. Ach man muss das noch. Das ist toll. Bin ich sicher. Okay. Dann geht es hier rum. Jetzt kommt der Spaß. Hey. Oh. Ein Spaß für die ganze Familie. Das schafft man nur, wenn man sich komisch anstellt. Ah. Ah. Aber ich bin doch komisch. Und ich bin angestellt. Hä? Ja. Ist egal. Aufsache. Einer. Ein einziger muss es schaffen. Diesen wahnsinnigen Lauf. Verkaufsäge. Ja. Jawoll. Okay. Die Zeit ist so toll. Och. Die Säge nicht. Aber. Entschuldigung. Ich wollte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Ah. Wind in den Segeln. Ducken. Jawoll. Yes. Und eine Minute übrig. Hoch. Und ja. 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 Da ist doch. Ich sehe doch von hier. Das hier. Wenn man hier. Was auch. Hier. Und dann muss man nicht sterben. Das ist schlecht. Was ist da oben passiert? Äh. Das war wahrscheinlich einfach das Eisgedöns. Was ich hier festhalten. Pass auf. Und dann muss man. Ich schwöre da unten. Ach. Kacken. Nicht unten. Ich bin oben. Yay. Gegen off the hill. Und mal. Und dann Comparedpropel. eine gute aus dann geht es richtig haben wirklich mit einer mehr und einer täter ich wusste dass du mich unten hältst bei mir sind immer die die eisphysics immer noch total am happening in der deutschen speak zu trocken hast du recht schon mal geguckt ja geht doch majonaise warum muss hier aber muss so will ich jetzt schon wieder hier bin ich auch das ist doch peter fucking peter peter was geschieht hier kopfschmerzen wie soll man das schaffen dagegen ankommen ich habe es geschafft links durch war die zeit verbreiten hier die zeit war schon vorbei ich habe den timer übrigens gerade eben erst gestartet auch mann haben wir eine längere folge ist eine boss folge von dem her voll die boss folge so heißt auch die folge wenn ich dann denke die folgen einzelne titel zu geben ich wäre ganz gut ich weiß das habe ich bei red dead redemption schon irgendwann nicht mehr gemacht und dann wieder und dann ja für einige folgen überhaupt den folgen bei denen davon haben wenn man einmal dass mich kurz sammeln gibt es ja überhaupt diamanten aber ja gibt es ja klar die haben wir schon gesammelt ja also einige ich bin ja da oben meine güte ist das alles verwirrend warum sind die eisphysik bei mir immer noch wenn ich in der luft bin am applyen ich verstehe es nicht es ergibt null sinn auch im kontext dieses dieser spielephysik halt im kontext des spiels das ist noch nie so gewesen oder es war schon immer so und es ist immer scheiße gewesen ich weiß es jetzt nicht genau okay okay der ist kaputt sehr gut alles klar drüben nein 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 das war liebe die falsche richtung na gut rechts erst einmal so lange rechts links ich hätte stehen mit der steine waren wir noch erst stimmt wir waren hier noch gar nicht acht wieder für da unten wahrscheinlich doch natürlich da hinten muss auf jeden fall aber rüber hier dann ist alles cool versuch es ja reizen wie egal wie es aussieht mit öf das sage ich schon mein leben lang so also seitdem ich sprechen sag so hören gehören gehören mein gehören sie haben ein gehirn tut mir gehirn es ist sehr schön das war zu das war zu dabei mortal kombat der das von der seite reinkommt oder sagt der cookies er sagt nein gut steine genau steinos hartos genau darauf müssen wir halt achten genau auf das ding und nein das haben wir die steine wieder da unten dann haben wir den gnat kommt er nicht mehr runter kommt er nicht mehr rein tja da haben wir wirklich jetzt den gnat den gnat den salat wollte er gesagt naja ja warum auch immer sag ich gegnaht was ja hier ist mein salat ja auch immer gut gegart deswegen wahrscheinlich smart tivi ja hab ich ich hab ein smarty ja smarty smarty doc nein 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 auch darf das ist ja schon bitte bitte sagt man nicht bitte bitte sagt nicht wuuhuuu achja die steinchen ok warte ach ja ja ähm ich hab den stein befreit hab ich den geknarrt ah ah das ist glaube ich wieder nein 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 das schaffe ich sehr gut oh maaaaan tschuldigung das regt nicht gerade auf das war cool ich müsste ja wenn der eine dasteht kann er anfangen okay du musst weiß ich komme aber da nicht rauf ja jetzt sind da unten hier ja hier sind die blöcke weg ja wir müssen aber hier unten das knoll noch holen ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe schon genau aber nicht ganz so wie ich das gemacht habe aber beinahe aber dann kann man nichts machen man muss extrem cool fliegen und kann man extrem gut fliegen ja auch aber dann versaut man es wieder klar du hast geschafft das so gut dass ich mir jetzt direkt in die luft sprengen werde hier bin ich in die luft gesprengt er hat doch gesagt das wäre ein autounfall schlüssel endlich das ist der schlüsselmoment nein schlüsselmoment schlüsselmoment ja natürlich werde ich wieder ganz doll gefoltert klatschen hat er denn nicht mal einen anzug an kapital beendet oh 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 my oh my the staff is really upset now lack of proper leadership is really twisted their fanny cheeks hard where is the appreciation where's the sparkly money's at oh yeah good one bro and as you continue to conjure magic to distract the masses your efforts seem in vain as your constant struggle to save hatty and your friends has only created grander spectacles with harder obstacles to overcome how's that for a double-edged sword sharp right and the audience Der Applaus ist in Hörger. Die Sandpapere-Kisschen sind schützlich und schützlich. Und sie immer noch mehr. Mehr! Bigger! Harder! Das ist was sie... Ich meine... Das geht's mir zur Herrschuss in der Welt. Ich meine, du bist so auf die Hörger zu sein. Ich meine, du bist auf deinem Bein! Und Katzen und Lasers wie... Pew, Pew, Pew! Und Spikier-Things wie... Sching, Sching, Sching! Und Palms und Explosions... Like... Bang! Bang! So I'd stay on my toes if I were you. Bang! Cause it's gonna be a massacre. A funhouse of death, except twice, no, three times as deadly. And to ice this little predicament cake of yours, the staff is sick of Hattie's bulls... be... uh... nonsense. They're sick of it. Look how upset they are. Gaze in horror at the disorderly disorder. Myeh! Myeh! See? Aren't you scared? You should be. Bang! Crash! Crash! Bang! Myeh! Kind of hard to do justice with these little thingies, but trust me, it's terrible. Everyone's naked and rioting and pooping on the floor, and clawing, and expensive curtains. Come on, guys, they're expensive. Everything's going up in a horrifying blaze of chaos. Plus, the picnic was cancelled, and I've kind of got a little headache coming on, and it just never ends. But go forth and give it your all. I won't believe you fought and died for nothing. And perhaps, when it's all over, I'll meet you in the afterlife, whilst perusing the Hall of Heroes, where the brave live forever. However, there's also a Hall of Losers and Failures. You don't want to end up there. Trust me, it's embarrassing. Okay. Ja. Also, das war noch nicht die letzte Welt, und vor allen Dingen hier haben wir ja noch ein Encore. Encore. Das bedeutet, mit Welt 6 sind wir noch nicht ganz durch. Aber so gut wie eigentlich. Also, die drei Level noch. Die Sache ist, ich glaube, ich habe ja den Timer irgendwie erst mittendrin gestartet. Ich weiß ja nicht, wie lange wir da schon gemacht hatten. Ich würde jetzt einfach mal den Timer abbrechen, und dann kaufen wir hier noch jeweils einen Kopf für uns jeweils. Ja. Beziehungsweise für mich erst mal. Genau. Und dann noch einen für mich. Ja, und dann... Einen für dich. Total cool. Was zum... Du bist ne Bon. Okay. Na dann. Nee, und dann würde ich sagen, könnten wir die Folge eigentlich soweit schon... ...zu einem Ende geführen, genau. Wir müssen beim nächsten Mal weitermachen, und das liegt nicht daran, dass ich mal tierisch wohin muss. Aha. Genau. Ich bin jetzt The Turban Legend. Entschuldigung. Boah, das sieht ja süß aus. Du verstehst mich. Ich sehe es schon. Gut, aber an der Stelle würde ich erst mal sagen, dass wir es mit dieser Folge von BattleBlocked Vierter. Steam Version. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Und an der Stelle sagen wir, wie eh und je, Wupp, Wupp. Dead Ass. Ach so. Ja. Bis dann. Wupp, Dead Ass. Too bad. Wupp, du. Dead Ass. Too bad. Auch wieder auf und geh auf die Toilette. Ja. Vielen Dank.